Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur achten Woche meines Food Diaries. Nachdem ich in den ersten drei bis vier Wochen sehr gut abgenommen hatte, hing ich in den letzten Wochen so ein bisschen bei 61,5 Kilogramm fest und das wird sich diese Woche hoffentlich ändern. Der Samstagmorgen startet mit einem großen Kaffee Latte und einem Video, was ich zu bearbeiten hatte und ich wiege 61,4 Kilogramm, bin also schon mal minimal von den 61,5 Kilogramm runtergekommen. Danach gab es zum Frühstück mal wieder meine Schokohaferflocken. Ich habe diesmal ein paar Kakao-Nips dazu gegeben. Das könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, wenn ihr die Schokohaferflocken esst, dann gibt das noch mal so einen ganz speziellen Geschmack. An dem Samstag habe ich einige Videos gedreht, deswegen werde ich auch an dem Tag keine richtige Mahlzeit mehr essen, sondern ich habe einfach sehr, sehr viel genascht von Obst. Dann habe ich einen sehr leckeren Schokoladenkuchen gemacht. Das Rezept dazu findet ihr nächste Woche auf meinem Kanal. Dann habe ich auch noch von den gesunden Pancakes ein paar gegessen. Dann einfach ein bisschen kalten Bulgur, der noch im Kühlschrank war. Abends habe ich dann noch einen von meinen Energy-Riegen gegessen mit einem schwarzen Kaffee. Dann gab es noch gesalzene Mandeln und diese Kichererbsen hier, die dienen so ein bisschen als Chipsersatz. Das Video kommt dazu auch bald online. Trotz der ganzen Snackerei habe ich dann am nächsten Morgen trotzdem ein kleines bisschen abgenommen, 100 Gramm aber immerhin. Und der Tag startet mit einem Kaffee Latte und den Schokoladenhaferflocken. Etwas später habe ich dann ein Stück von dem Schokokuchen gegessen, zusammen mit Mango und Heidelbeeren. Der Schokokuchen ist komplett zuckerfrei und ist auch vegan, also es ist kein Ei drin. Das war ehrlich gesagt ein Experiment. Ich hatte gar kein richtiges Rezept, sondern habe mir das so ein bisschen zusammengereimt anhand des Rezepts von den Pancakes, das ich hatte. Und der ist überraschenderweise auch wirklich sehr gut gelungen und schmeckt sehr, sehr gut. Zwischendurch habe ich dann noch ein paar gesalzene Mandeln gegessen. Vielleicht habt ihr das in meinen vorherigen Food Diaries schon mal gesehen, dass ich sehr gerne gesalzene Mandeln esse, weil Mandeln generell ja sehr gesund sind. Aber sie so pur zu essen, gefällt mir nicht hundert Prozent. Deswegen esse ich sie gerne gesalzen und ich habe jetzt ein Rezept gefunden, wie ich sie selber salzen kann. Dann gab es eine Portion trockene Nudeln, einfach ohne alles. Ich glaube, es vergeht keine Woche in diesem Food Diary, wo ich keine trockene Nudeln esse. Und danach gab es einen Burger, aber da ist natürlich jetzt kein Fleisch drin, sondern der Patty besteht aus Kidneybohnen und das ist ein Vollkornburger. Da ist ein bisschen Tomatenketchup drauf, aber das ist Ketchup, also es ist quasi gar kein Ketchup, sondern eher Tomatensauce. Da ist überhaupt kein Zucker drin. Dann ist noch ein bisschen Avocado-Pesto drauf, Salat und ein paar frische Tomaten. Und als Nachtisch bzw. Abendessen gab es dann noch einen großen Kaffee Latte, ein kleines Stück vom Schokokuchen und einen Apfel. Der Montagmorgen startet mal wieder mit Schokohaferflocken und einem Kaffee mit Milch und ich wiege 61,1 Kilogramm. Das heißt, das Gewicht geht langsam endlich runter. Als zweites Frühstück gab es dann wieder Schokokuchen mit ein paar gesalzenen Mandeln. Dann habe ich mir ein Chili-Sin-Karne gemacht, also quasi wie Chili-Kon-Karne, nur halt ohne Fleisch. Und zwar ist da drin Paprika, Kidneybohnen, Mais und eben ein paar Dosentomaten. Und dazu gab es dann Vollkornreis. Als zweites Essen an dem Tag gab es dann Vollkornspaghetti mit Avocado-Pesto, was inzwischen auch jede Woche in meinem Food Diary ist. Und dann war ich eigentlich schon satt, aber abends überkam mich dann so ein Pizza-Gefühl, dass ich unbedingt eine Pizza essen musste. Deswegen haben wir Pizza bestellt. Hier ist jetzt Fleisch drauf, ich habe das Fleisch abgemacht. Also ich wollte nur ein oder zwei Stücke von der Pizza essen und habe mir das Fleisch dann einfach abgemacht, wie gesagt. Das hat sich dann ein kleines bisschen gerecht auf der Waage, aber einfach auch, weil ich sehr spät gegessen habe. Ich wiege 61,8 Kilogramm und es gibt mal wieder Schokohaferflocken mit Kaffee-Latte. Dann gab es ein paar trockene, kalte Nudeln. Dann gab es ein Kaffee-Latte mit viel Milch und dann habe ich ein Eisrezept gefilmt. Das ist vor zwei Tagen online gegangen auf meinem Kanal. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Da ich frische Minze da hatte und sehr, sehr gerne frischen Minztee trinke, habe ich mir dann einen Minztee mit ein bisschen Ingwer gemacht. Dann habe ich ein paar geseißene Mandeln gegessen. Also natürlich nicht die Menge, die ihr hier seht. Normalerweise zeige ich euch ja immer nur die Mengen, die ich auch wirklich esse. Aber hier habe ich jetzt einfach nur ein Foto gemacht von dem Glas, wo die Mandeln drin sind. Dann musste ich sehr, sehr schnell ein Abendessen zubereiten, weil ich nur noch 15 Minuten hatte. Deswegen habe ich mir einfach ein bisschen Couscous gemacht mit Paprikagemüse. Das Paprikagemüse habe ich einfach angebraten in der Pfanne mit Salz, Pfeffer und ein paar Kräutern der Provence. Das ist immer so ein bisschen mein Notfallrezept, wenn ich irgendwie nur 15 bis 20 Minuten Zeit habe, weil man das in der Zeit zubereiten und essen kann und es halt trotzdem gesund ist und es vor allem auch länger satt macht. Am Mittwochmorgen wiege ich dann sogar nur noch 60,9 Kilogramm. Das hat mich sehr gefreut, dass einfach mal die 60 vorne stand. Und somit bin ich von meinem Zielvollen 59 Kilogramm nur noch 1,9 Kilo entfernt. Und es gibt natürlich mal wieder Schokohaferflocken mit einem Kaffee Latte. Ein paar Minuten später musste ich dann direkt los, weil ich frühmorgens einen Friseurtermin hatte. Da gab es dann auch wieder einen Kaffee Latte für mich und leider nicht dieses italienische Gebäck hier. In solchen Situationen fällt es mir echt immer am schwersten zu widerstehen, wenn mir jemand schon sowas serviert bzw. einfach vor die Nase stellt und ich vorher es einfach gegessen hätte, ohne überhaupt drüber nachzudenken. Aber in diesem Fall bin ich hart geblieben und habe es nicht gegessen, weil ich wusste, dass da Zucker drin ist und eventuell auch Milch und deswegen habe ich es dann gelassen. Am späten Mittag habe ich dann gekocht und habe, während ich gekocht habe, diese Reste vom Couscous gegessen, weil ich schon so Hunger hatte. Und zwar ist das Ganze jetzt hier eine Gemüsepfanne, besteht aus Brokkoli, Karotten, Zucchini, ein bisschen Edamame, ein bisschen gefrorenem Kohl. Das ist Kohl in ganz feine Streifen geschnitten und das habe ich gefroren gekauft. Ein bisschen Paprika, Zwiebeln und Knoblauch. Das Ganze habe ich mit ein bisschen Chili abgeschmeckt und dazu gab es Reisnudeln und ein bisschen Tofu. Dann habe ich etwas später ein paar gesalzene Mandeln gegessen und einen großen Kaffee Latte getrunken und habe auch den nächsten Schokokuchen gebacken, weil der so lecker war, musste ich einfach nochmal einen zweiten backen. Dann gab es nochmal Mandeln mit einer Birne, ein Stück vom frischen Schokokuchen mit ein paar Erdbeeren und dann nochmal Mandeln zum Abschluss. Spätabends habe ich dann nochmal Hunger bekommen und habe ein bisschen von dem Rest vom Mittagessen gegessen. Und obwohl ich an dem Tag ein klein bisschen über meinen Kalorien lag, die ich hätte essen dürfen, habe ich am nächsten Tag nur 200 Gramm mehr gewogen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich an dem Tag sehr stark trainiert habe. Ich war anderthalb Stunden im Fitnessstudio, habe Beine trainiert und Hittraining gemacht und ich glaube, deswegen habe ich an dem Tag dann keine Gewichtsexplosion gehabt, wie ich sie eigentlich gehabt hätte. Zu essen gab es dann natürlich zum Frühstück mal eine Schokohaferflocken, diesmal mit einem schwarzen Kaffee, weil ich ein bisschen einfach auf die Milch verzichten wollte. Deswegen habe ich es mal mit einem schwarzen Kaffee versucht. Dann gab es ein paar gesalzene Mandeln zwischendurch und dann habe ich nochmal Eiscreme gemacht für mein Rezepte-Video und zwar einmal Erdbeereis und Schokoladeneis. Das Eis musste dann natürlich auch gegessen werden nach dem Filmen. Das Video dazu kann ich euch gerne mal verlinken. Dann gab es ein paar Nudeln mit Tomatensauce. Ich mache ja sehr oft diese Nudeln mit Tomatensauce, einfach die Soße aus Cherrytomaten und dann ein bisschen Petersilie dazu. Diesmal habe ich die fertigen Nudeln ein bisschen in der Soße ziehen gelassen, sodass sie so ein bisschen geschmeckt haben wie One-Pot-Pasta. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man die Pasta direkt schon mit der Tomatensauce zusammen kocht. Das war da so ein bisschen wie das Rezept. Dann gab es davon noch eine zweite Portion. Dann einen schwarzen Kaffee mit ein bisschen Schokokuchen und Erdbeeren. Dann gab es noch einen kleinen Rest von dem gemischten Gemüse von gestern und zum Abschluss des Tages ein paar gesalzene Mandeln. Weil ich auch an dem Tag wieder ein bisschen mehr gegessen habe, als ich hätte essen dürfen, wiege ich jetzt am Freitag 61,2 Kilogramm. Aber ich bin froh, dass die Tendenz auf jeden Fall nach unten geht und das werde ich nächste Woche ausbauen. Aber zum Frühstück gab es dann erst mal ein Stück Schokokuchen mit Kaffee. Ich hatte nämlich keine Bananen mehr da und konnte mir deswegen nicht meine Schokohaferflocken machen. Aber ich wollte auch ungern zum Supermarkt gehen, weil ich morgens immer direkt gerne mit Arbeiten starte und nicht erst irgendwas anderes mache. Ein kleines bisschen später habe ich dann ein paar gesalzene Mandeln gegessen und noch ein bisschen von der Tomatensauce, die von gestern übrig war. Und dann gab es trockenen Bulgur mit einem frisch gepressten Orangensaft. Etwas später habe ich da noch eine zweite Portion Bulgur gegessen und noch ein Stück Schokoladenkuchen. Dann habe ich noch ein paar gesalzene Mandeln gesnackt und zwar dreimal hintereinander, also insgesamt schon eine ganz schöne Menge. Aber normalerweise esse ich ja beim Frühstück immer schon 20 Gramm Mandeln in meinen Schokohaferflocken. Deswegen war es mir jetzt wichtig, ein paar Mandeln zu essen, weil ich sonst generell nicht so viel Fett esse. Dann gab es vor dem Training noch einen Apfel und abends gab es dann ausnahmsweise mal Pizza und zwar ist das eine vegetarische Pizza und in dieser Woche gab es schon mal Pizza, aber da habe ich nur ein Stück gegessen und da ich so hungrig war an dem Freitagabend habe ich mir dann einfach eine Pizza gegönnt und die dann auch sehr schnell komplett aufgegessen. Das war es also vor dieser Woche von meinem Food Diary. Ich habe es endlich geschafft von den 61,5 Kilogramm wegzukommen. Wenn ihr mir nicht auf Snapchat oder Instagram folgt, dann macht das gerne und bis zum nächsten Mal.